Hab ich! Boah, Trippickel! So, äh, bist du drin? Ja. Ich dachte wir wollten nen Buggy nehmen. Egal. Egal. Was, 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 wie wollten wir das nochmal denn? Genau. Keine Ahnung. Also, das ist jetzt irgendwie nicht so ne Let's Play Folge, sondern mehr so ne Scheiße Baufolge. Wir sind grad auf dem Marn-Rating-Server, ne Fische. Ähm. Und der Maxi und ich sind jetzt hier in diesem schönen, äh, wunderschönen Auto. Ich glaub ich nehm jetzt mal nen Buggy, der muss hier rechts stehen. Ja, der ist offener. Genau. Offen für alles. So. Und wo hab ich meine... Dritte... Ich hab meine... Third Person gar nicht programmiert, weil ich mein Taster so gestellt hat. Egal. Wir versuchen jetzt hier nur mit diesem kleinen... Blitzer... äh, Kills zu machen. Äh, äh, die Regeln sind eigentlich bloß... Äh, man darf bloß äh, aus dem Buggy heraus Killsmann anziehen, man muss drin sitzen auf auf 2 oder 3. Hallen, 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 wir haben 13 neben verloren. Achso. Ähm. Panzermine werfen darf man... Ach so, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der erste, der kommt der erste. Boom. Oh nein, jetzt liegt der für uns aber, ähm, ja, auf unserer Motor, der macht ihn noch leckig. Okay, da kommt der nächste. Geilste Idee, die du je hattest, Maxi. Nein. Schleisch, der schnappt uns. Fahr mal, fahr mal zum IPC, dann kann ich der Panze wieder hinwerfen. Okay, warte. Ich dreh ihn nochmal. Ich glaub, die wissen jetzt schon, dass wir kommen. Mhm. So scheißegal. Oh oh. Egal, der hatcher hat uns eh nicht. Ah, schade, hab ich verpasst. Wissen. Ich fahr mal zum IPC. Ja, ich versuch, ich kann den kaum lenken, das ist überschwer. Oh, der ist ja überhaupt noch da. Okay. Rechts, ah, schade, ich gucke nicht. Nein, Mist. Ich sehe voll wenig. Äh, fahr mal an den Gegner vorbei. Nein, ich wurde rausgesnipet. Ich hab mir ab. Fahr mal, ich hab schon mal. Fahr mal nicht so kurz. C. Du guck mich ab. D. D. Ah. Okay. Schon drei kills. Wo bist du? Woah. Was machst du? Panzer macht Platz. Hallo. Rechts vor links, du Lapp. Jetzt aber. Äh. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Preparier mal, ich muss kurz... Ah, ich hab keinen einzigen Abflug bekommen. Geh mal auf F2. Nee, auf F2. Hier weg, ich, ich, ich. Timo. Lass mich verarschen. Ah shit, ich werde abschleißen. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Nein. Faktor. Das war ein Fail. Ach, das stand direkt neben uns. Okay. Müsst. Das ist kein Buggy. Wir dürfen keine Kills, verdammt. Ah, scheiße, richtig. THW zählt das auch als Auto. Komm her, komm her, komm her, komm her. Wir laufen nach hinten zu dem Buggy. Das dauert zwar, aber es geht. Okay. Tarn-Modus aktiviert. Ja, auf jeden Fall. Wir machen den Sitz unsichtbar. Das kann man als YouTuber, kann man sowas? Ja, Superkräfte. Scheiße, wir sind voll aufgeschmissen, wenn wir kein Auto haben. Ja, da vorne ist doch eins. Und dann gleich wieder Assborn killen. Mhm. Und dann fahren wir, fahren mal so, dass ich meine Panzer mit ihm werfen kann. Wenn wir noch mal vorbeifahren, kann ich mir noch schießen. Ja, oder du wartest dann, bis das Bord in der Trübe fährt. Okay, warte. Eh. So. Let's go. Okay, werf. Wenn man alle rien gefahren wie Chiron hat, kann man Update пригmehl? Nein, lasst sie, leadership, leadership. Hier Verdammler, wo sie es immer правда sind. Mit dieser Wissenschaft, David Lemen? Das Wort hat er ausgesucht. Es geht auf in derرب rem sleeve Shield in 14 Jahren. Ein Fmachen. Das hat kein Deutsch. Wie die Hannesbrin ont sekali, war der Mannschaft am Ende. Was aussieht? Wo wir jetzt passieren, ja, klar wo wir da gehen. … Vers 40 Prarete Veränderungsplanung. Ert midst. Ein geil, höre. ließen wir den Hedian ich bist nicht so Lappen ich war mir gebrochen ich nicht nein kein Schaden ja 6 Schaden hab ich gemacht und jetzt rennt er ganz schnell weg weißt du was ich mich frage Timo hier spawnen doch ah ja jetzt endlich ok ok wir sind halt überhaupt kein leichtes Ziel oder so also die Autos sind eigentlich nicht so aktien die haben so eine komische Stange davor und dann sieht man da voll wie nicht raus Aua wir hängen fest ok jetzt Oha Auto Lol Panzer, Panzer Panzer, Panzer Miene, Miene, Miene Aua Ist so ein Lappen, ey Ne, Miene ist im Auto schlechten geblieben sorry achten achten da kommt der Kampfi das ist schon jetzt das ist das muss jetzt sein das muss jetzt sein äh du fühlst dich gegen deine eigenen Regeln Miene Miene t Ah, Maxi ob oh Achtung Links, 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 links das Auto das auch da wo ist die TÜV? nein Timo die Panzer wieder packt im Auto rum jetzt ist es ja rausgefallen fahr mal am Panzer spawnen links vorbei dann kann ich sie vielleicht hier rauswerfen weiß es funktioniert nein wir hängen alle wir backen im Baum drin ich schieße mal der Fäger die Renten ist immer so er ist verkehrt reparieren wir haben noch 200 Leben oh nein ich sehe die alleine nicht die HP ja deswegen 6 hier Wenden und erneuter Anflug Anflug klar noch wird dies bei mir ist ja nicht alle ja eigentlich sollten sie alles bei mir ist niemand Leute wollen Party machen hier die hacken ja ja jetzt da sein hab ich hab ich ja ich hab's gesehen muss er wieder weg ah da steht er noch nein Loll ist der letzte Moment noch zur Seite gegangen nein ich spüre dann ich merke dann nicht wenn wir geträgt oh lol bei Wegsport oh ne da ist er spawnen und dann wirft er auch Dings ab lol ich hab's irgendwas Damage gemacht hast du das gesehen Timo ich hab ein RPG geschossen er hat geflirt mein RPG ist jetzt abgedreht irgendwo hingeflogen dann hab ich schnell in der Heli ja komm her und hab dann vier Sekunden später den Kill bekommen wo bist du bin lieber Punkt B und hab einen ja komm her Autowagen ich hab auch einen Autowagen ich hab auch einen Autowagen komm her ja wo bist du ja ne mir mein nein kann man besser ausschauen du hast genau die gleichen nein eben nicht wissen also der ist unterschiedliche Modelle der zwei Tag da äh beim Brustenfahrzeug kannst du viel besser als ein Cockpit aus schauen das äh ein neues Cockpit aus dem Beifahrersitz ja dafür fährt das Ding ey wir haben noch 150 Leben gell okay shit ich fahr mal ne kleine Runde eine kleine Sightseeing Tour ja da kommt ein Trupp Medi den roadkill ich ja ne warte da steht ein Sniper jetzt jump ja schade ist seitigem ich hab gar nichts gesehen da Hedi 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 äh Tumjolo äh einmal geschossen ja ja schieß auf uns raperieher raperieher wer hat mir erst im da ist nicht aufgeladen da ist ein da sind LEVI 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 ich kann nicht vorhin vorhin Ja, es ist, Min ist da, warte, wenn er jetzt zurückfährt. Nein, die ist falsch hingefallen. Äh, da links ist ein Scharfschützer. Panzer, 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 Panzer. Ich hab keine Minen mehr. Aber ich... Oh, ähm, ähm. Lass den Kack. Fahr zurück zu den APC. Okay, warte. Das willst du mal fahren, dann werfe ich Minen. Okay. Hier auf F2. Fertig? Ja. Hallo, F2. Na, Panzer, Panzer! Der Schiff kann sich nicht. Leute, muss man reparieren. Per-Tun-Gas. Lein, meine Maus ist nicht programmiert. Ich kann nichts werfen. Egal, das hat Jodo. Jodo RPG. Von unterfällig. Nein. Nein, der M1. Fuck. Meine Maus ist gerade nicht anwachsend. Ich kann es nicht stinken hier. Hey Maxi, komm her. Ich muss wieder fahren, ich kann keine Minen werfen. Okay. Geh weg. Dann muss ich da noch fahren. Nein, ich muss fahren, ich kann keine Minen werfen. Wieso nicht? Weil meine Maus doch jedes Mal programmiert werden muss, wenn ich meine Pilo starte. Loll. Ich bin nicht da. Ich will es töten. Töten ist böse. Ey, PC-L gemacht einen Panzer. Links. Nein, das Board-Kell ist viel lustiger. Ja, aus dir genommen, muss ich sehen das aus. Dann schaffe ich noch einen. Hab ich! Boah, Trippical, Trippical! Boah, ich hab die andere drei bekommen. Beste Runde ever, Format. Boah. Okay, also dann ist es jetzt. Ja, ja, dann ist es jetzt für die Runde. Da kommt die RPG. Der hat uns getraced und dann mit der RPG drauf geschossen. Also dann war es das jetzt für die Runde. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr mehr von so einem Scheiß sehen wollt, dann... Dann schreibt es uns in die Kommentare, was wir als nächstes machen sollen. Welche Map und was ihr da drauf machen sollt. Bitte nicht M9 Only auf Oman. Und dann mal schauen, was wir davon machen. Und dann sagen wir danke fürs Zuschauen und haut rein. Tschüss! 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 Tschüss!